Das ist die Insta360 X4. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist er Nachfolger X3. Und ganz ehrlich, was Insta360 hier wieder abgeliefert hat, ist einfach Wahnsinn. Deshalb wird es definitiv noch mehr Videos zu der Kamera geben, denn es passt heute gar nicht alles rein, das würde den Rahmen sprengen. Heute konzentriere ich mich auf einen Vergleich zwischen X3 und X4, denn ich denke, den einen oder anderen wird es schon interessieren, ob sich ein Upgrade von X3 auf die X4 lohnt. Ich weiß die Antwort schon. Zu X3 habe ich schon jede Menge Videos gemacht, denn die ist echt auch gut. Ich verlinke dir hier oben eine Playliste, da sind auch die Videos zur X2 drin und da packe ich auch die Videos zur X4 rein. Und in der Videobeschreibung verlinke ich dir die X4 und das Zubehör dazu. Zuerst aber eine Erklärung, was das für Kameras sind. Du siehst, die hat hier eine Linse und hier eine Linse, denn tatsächlich sind es eigentlich zwei Kameras, die jeweils 180 Grad aufnehmen, sodass da deine ganze Kugel rauskommt. Und diese Kugel kannst du im Nachhinein benutzen, um dein Bild so hinzuschieben, wie du es möchtest. Reframing nimmt man das. Also das heißt, du schneidest nur ein Teil aus der Kugel aus. Guckst, so sieht das Bild aus, was aus der Kamera kommt. Also du hast komplett um dich rum oder um die Kamera rum alles aufgenommen. Und dann kannst du einfach im Nachhinein, das ist jetzt das Insta360 Studio, du kannst aber auch auf dem Smartphone mit der App machen, das ist sogar relativ einfach, indem du hin und her drehst, was du haben möchtest. Ich bin aber irgendwie der Studiomensch, deshalb zeige ich es ja da. Da kannst du jetzt verschiedene Dinge machen. Also fangen wir mal hier an. Guck, ich laufe da hier rum. So bin ich jetzt mal zurückgelaufen, dann laufe ich da hin. Also schneide ich es kurz hier vor, wobei das müsste man eigentlich gar nicht machen. Und dann kann ich hier einen Keyframe setzen und kann verschiedene Bildwinkel machen. Oder ich kann sogar auch so ein Tiny Planet machen und kann dann verschieden hindrehen, wie ich möchte. Ich mache meistens so D-Rap. Das heißt, ich habe keine gebogenen Linen, sondern alles gerade. Also die Bäume hier sind gerade. Wenn ich so Ultra mache, dann werden hier die Bäume so gebogen. Aber je nachdem, was für einen Winkel du möchtest, kann man sagen, so, ich laufe jetzt so ein Stück rum. Kann auch sagen, ich möchte mich verfolgen lassen, indem ich einfach mir so einkastle. Dann mache ich Start Tracking. Dann trackt er mich hier. Und dann sage ich, Moment, hier möchte ich jetzt kein Tracking mehr, sondern ich möchte einfach die Kamera so von hier, mit dem Keyframe von hier, einfach hier rausdrehen. Wenn es jetzt prägnet, es fließt. So, dann würde ich die Kamera hier rausdrehen, weil ich jetzt diesen Teil hier sehen möchte. Die gucken wir uns an, was wir gemacht haben. Ich laufe hier rein. Er verfolgt mich jetzt richtig schön, dass ich in der Mitte drin bleibe. Und die Kamera wird umgedreht. Cool, oder? Und so könnte ich auch mehrere Videos aus einer Aufnahme rausschneiden. So wie hier zum Beispiel. Das Ganze geht natürlich auch mit Fotos. So kannst du aus einem Foto ganz verschiedene Blickwinkel rausschneiden. Oder auch richtig abgefahrene Sachen machen. Als Nebeneffekt haben wir dann noch den Invisible Selfie Stick. Wobei, eigentlich ist das, naja, nicht direkt ein Bug, aber man schraubt den da unten ran und rennt dann mit der Kamera so durch die Gegend. Guck mal, hier habe ich die X4 in der linken Hand. Sieht man aber gar nicht, dass ich den Selfie Stick in der Hand habe. Tatsächlich sieht es links genauso aus wie rechts, wo ich die X3 in der Hand habe. Und damit kannst du halt echt abgefahrene Sachen machen. Das ist ja zum Beispiel mit einem 3-Meter-Selfie Stick gemacht. Das ist ja auch direkt, wie die Kamera stabilisiert. Flow State Stabilization nennt sich das. Nachteil, eigentlich brauchst du immer diesen Selfie Stick. Den gibt es in verschiedenen Längen. Der ist jetzt 1,20 Meter, schon noch nicht ganz ausgefahren. Damit kann man schon ganz viel machen. Aber noch besser sind eigentlich die 3 Meter. Die kann ich jetzt nicht ganz ausziehen, weil das Ding einfach zu lang ist. Da kannst du eben noch abgefahrenere Sachen machen. Vor allem musst du ihn ja nicht ganz ausziehen. Du kannst auch nur 1,20 Meter oder halt verschiedene Längen machen. Du bist einfach universeller mit diesem Ding. Also ich würde den 3-Meter-Selfie Stick empfehlen. Denn wenn du den einmal ausprobiert hast, dann möchte ich schon nichts anderes mehr. Und was ich auch super empfehlen kann als Zubehör, das habe ich in einem anderen Video schon vorgestellt. Das ist so ein kleiner Schnellverschluss. Das ist so ein kleiner, einfach so eine kleine Schnellwechselplatte. Die schraubst du unten an die Kamera ran und dann kannst du die ganz einfach hier oben drauf klipsen. Zack. Und schnell wieder abmachen. Denn du siehst, das Packmaß ist doch ganz schön groß, wenn man den Selfie-Stick dran hat. Auch so ist es halt. Anders kannst du solche Dinge einfach nicht machen. Kommen wir aber zum Vergleich der X3 mit der X4. Und nicht wundern, ich habe die auf der Hülle der X4 liegen, weil eben auf beiden Seiten die Linsen sind und man schon aufpassen muss, dass man die nicht beschädigt. Denn sonst, man sieht es einfach sofort, wenn da ein Kratzer drauf ist. Also super aufpassen, da kommen wir aber gleich noch dazu. Wenn man sich die technischen Daten anguckt, sieht man sofort, die X4 hat eine höhere Auflösung oder bei gleicher Auflösung eine höhere Framerate. Und ja, ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, aber man sieht den Unterschied zwischen 8K und 5,7K. Guck mal hier, links die X4 und rechts die X3. Und ich wundere, dass du hier die Kamera siehst. Ich habe die einfach zu zweit auf ein Stativ gestellt und bin einmal rumgelatscht. Also nochmal, links X4 mit 8K und rechts X3 mit 5,7K. Jeweils 30 Bilder die Sekunde. Und es fallen mehrere Dinge auf. Fangen wir, ich habe hier einfach mal die Bildschirmaufnahme gemacht. Du siehst schon, von den Farben her ist die X4 ganz anders als die X3. Ich kann einfach mal weiterlaufen hier. X3 ist einfach viel blasser. Da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe das beides im Profil Standard gemacht. Tatsächlich wäre es besser gewesen, wenn ich Vivid oder Lebhaft, weil ich das halt beim einen Lebhaft, beim anderen Vivid gemacht hätte. Kommen wir bei einem Vergleich vom 5,7 dazu. Auflösung, jetzt gucken wir uns erstmal die Schärfe an. Die habe ich beide auf gering gestellt. Und jetzt suchen wir uns einfach mal einen Punkt, wo wir das schön vergleichen können. Guck mal hier, wenn ich hier so halb drin bin, das ist doch super gut. Gut, und jetzt machen wir einfach da oben Darstellung, machen wir jetzt mal auf 200%. Und man sieht schon hier mehr Details, diese Gräser, wobei das bei der X3 alles irgendwie matsch ist. Außerdem auch die Farben. Ich finde, die X4, die hat nicht nur mehr Auflösung von der Auflösung her, sondern auch mehr Auflösung bei den Farben. Also guck mal, hier ist alles so ganz flach bei der X3. Während bei der X4, so jetzt können wir das besser angucken. Hier, X3 irgendwie so flach, während die X4 einfach doch irgendwie mehr Details zeigt. Finde ich total kurios. Oder auch wenn man hier, guck mal, es sind nicht nur mehr Details, sondern es ist tatsächlich auch, wenn man hier hinten den Himmel beachtet, haben wir hier bei der X4 natürlich schon ausgebrannten Himmel, so ein bisschen Wolken und so. Und jetzt ziehen wir das einfach mal rüber, machen die X3. Da haben wir dann noch weniger als bei der X4. Das ist schon, ja, guck mal, man hat einfach das bessere Bild bei der X4. Aber gut, ich habe gesagt, das Farbprofil macht einiges aus. Deshalb jetzt 5,7K, 30 Bilder der Sekunde bei den Kameras. Und die X3 auf Vivid. Und das sieht ja schon ein bisschen besser aus. Und wenn wir da jetzt 200% machen, dann sehen wir, dass eigentlich die Auflösung gleich ist. Also was wir hier haben bei der X3 oder was wir hier haben bei der X4, sieht nicht großartig anders aus, genauso wie hier. Aber wir haben auch wieder den Unterschied in den Farben. Also hier ist doch immer noch ein bisschen flacher bei der X3 als bei der X4, finde ich. Genauso bei den Wolken. Mal wieder anpassen und gehen mal wieder nach hinten zu den Wolken. Hier einmal X3, Quatsch, X4 auf dieser Seite und X3 auf dieser Seite. Wenn wir hier rumgehen, ist hier alles ausgebrannt. Und hier eben haben wir mehr. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mir diesen Baum hier angucke, der ist zwar schärfer und alles und detaillierter zu sehen, aber da sind so ein paar gelbe Artefakte drin. Naja, das ist bei der X3 dafür Matsch. Also auch nicht besser. Nee, hier, definitiv. X4, X3, diese Wolken ist eine ganz andere Nummer. Natürlich haben auch beide Kameras einen HDR-Modus. Active HDR heißt der. Und den fand ich bei der X3 nie so richtig gut, weil die Farben dadurch irgendwie so komisch wurden und das ganze Bild total flach aussah. Und das macht die X4 schon besser, auch wenn es deutlich dunkler ist. Aber selbst wenn man das Bild heller macht im Nachhinein, finde ich schon, dass es plastischer aussieht und nicht dieser komische flache Look entsteht wie bei der X3. Aber ich will jetzt gar nicht so viel über Auflösung und sonst was reden, denn es gibt noch viel mehr Vorteile. Es gibt noch einen Single-Lens-Modus. Auch da ist ähnlich. Die X4 ist überall ein Stück besser als die X3. Ich habe erstmal Platz auf dem Tisch gemacht, damit du die Kameras hier schön sehen kannst. Und beim Aufräumen ist mir eingefallen, ich habe noch gar nichts zum Thema Fotos gesagt. Aber ich weiß, jetzt lassen wir es einfach hinten runterfallen, denn da sind die Unterschiede tatsächlich nicht so groß wie bei Videos. Ja, die X4 macht auch ein bisschen bessere Fotos, aber die X3 war da auch schon ganz gut. Wo die Unterschiede auch wirklich groß sind, sind, wenn man die Kameras einschaltet. Gucken wir mal, hier ein Schalter, hier ein Schalter. Also von der Bedienung her sind die beiden identisch. Aber jetzt kommt es. Gucken wir mal, ich zähle mal auf 3 und dann schalte ich sie ein. 1, 2, 3. So, gleichzeitig gedrückt. Bei der X4 hier haben wir direkt schon eine Rückmeldung und sie ist auch schon an, während die X3 jetzt erst eine Rückmeldung gibt und erst jetzt angeht. So, stellen wir uns jetzt mal beide auf die höchste Auflösung, 5.7K30. Und, also hier sind wir im Single-Lens-Modus, na, kommen wir hier runter. Das heißt, wir gehen hier, hier hin und machen dann hier auf, ah, mit einer Hand, auf 8K30. Gut. Und jetzt starten wir einfach mal die Aufnahmen. 1, 2, 3. So, die X4 nimmt schon auf. Die X3 überlegt noch, was sie machen soll. Hier, 3 Sekunden oder 4 Sekunden. Schneller ist die X4. Und richtig krass wird es. Machen wir den Stopp. Auch beim Stoppen, siehst du, guck, die X4 einfach viel, viel schneller. Richtig krass wird es. Da oben kannst du runterziehen. Dann gibt es hier diese Rakete. Die heißt Quick Capture. Machen wir hier an. Bei der X3. Und machen wir hier auch an bei der X4. Hier steht als On da. Ich hoffe, das sieht man alles, weil diese Displays immer so hell sind. Jetzt mache ich die Kameras aus. Da bleibe ich lang drauf auf dem An-Aus-Knopf. So, und dann ausgehe die X4 auch ein bisschen schneller, wobei das ja nicht ganz so billig ist. Wenn ich jetzt auf den Auslöser drücke, das ist der Knopf hier unten, dann startet die Kamera im Quick Capture. Machen wir 1, 2, 3. Zack, so. Und gleiches Problem. X3 zeigt mir überhaupt nichts an. Und die X4 nimmt schon auf. 1 Sekunde, 2, 3, 4, 5. Und 7 Sekunden schneller war die X4 im Vergleich zur X3. Das macht echt viel aus. Also das ist ein Punkt, der mich wirklich immer geärgert hat bei der X3, dass sie immer so brutal lahm ist. Und wenn wir schon bei Quick Capture sind, dann kann ich hier einstellen, mit welchen Parametern, also welcher Aufnahme im Routi aufgenommen werden soll, wenn ich Quick Capture aktiviert habe. Also wenn die Kamera aus ist und ich auf den Auslöser drücken möchte. Bei der X3 war das immer nur 3 Sekunden. 360 Grad, 5,7K30. Und hier kann ich eben einstellen, was ich haben möchte. Auch Einzelobjektiv. Schon cool. Und wenn wir schon im Menü sind, können wir uns gleich noch ein paar weitere Sachen angucken. Zum Beispiel hier, Linsenschutz. Habe ich vorher schon mal kurz angesprochen. Man muss echt aufpassen auf die Linsen. Wobei, guck mal, hier bin ich mit der X4 schon dagegen gedonnert und sie hat ausgehalten. Und auch mit der X3 bin ich schon öfter irgendwo dagegen gedonnert und sie hat ausgehalten. Aber ich habe schon viele Kommentare gekriegt, dass es wirklich schnell kaputt geht. Bei der X3 gab es bis jetzt nur so einen Linsenschutz, den man aufkleben konnte. Bei der X4 siehst du hier, wir haben ein Auto. Also die Kamera erkennt selber, welchen Linsenschutz sie hat. Und dann gibt es eben Standardlinsenschutz und Premiumlinsenschutz oder kein Linsenschutz. Und da oben siehst du auch schon, die hat hier so ein kleines Gewinde, um den Linsenschutz draufzuschrauben. Moment. Jetzt habe ich hier die Linsenschützer. Einmal hier die Standardschützer oder den Standardschutz und hier Premiumschutz. Man hört sofort, vielleicht wäre ich es Glas und kriege ich gerne weg. Plastik. Der Standardlinsenschutz ist dabei. Glas oder Premiumlinsenschutz kostet extra. Und du nimmst die Dinge einfach und schraubst die da drauf. Irgendwie so zack. Und die Kamera erkennt dann, dass ein Linsenschutz drauf ist oder nicht. Wenn du auf Auto gestellt hast und wenn du nicht auf Auto gestellt hast, gibst du eben selber an, was du für einen Linsenschutz hast. Hier, guck. Also er hat jetzt keinen Linsenschutz eingestellt. Auto erkennt er selber. Standardlinie, Premium muss jetzt machen, nicht Standard. Weil sich eben die Brechung ändert, muss man das einstellen. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht mit dem Linsenschutz experimentiert und ich bin auch kein großer Freund davon. Denn du hast gesehen, beim draufschrauben hat man schon Fingerabdrücke drauf gemacht. Und ich tue mich schon schwer, die zwei normalen Linsen sauber zu halten. Und wenn ich jetzt die Linsen noch sauber halten muss und auch den Linsenschutz noch sauber halten muss, dann weiß ich jetzt schon, wird es bei mir nichts. Aber je nachdem, was du mit der Kamera machst, ist es definitiv zu empfehlen, so einen Schutz drauf zu machen. Denn, wie gesagt, einen Kratzer drauf, den ziehst du immer. Eigentlich kann ich die Kamera dann, naja, wegschmeißen oder reparieren lassen. Und reparieren lassen, habe ich auch schon Kommentare gekriegt, ist nicht so einfach, weil das in Deutschland nicht geht. Gut, gucken wir uns weiter das Menü an. Was cool ist, du kannst Gestensteuerung machen. Also du machst das Ding an, jetzt ist die Gestensteuerung an und einmal hierher und einmal siehst du jetzt, was die Kamera macht. Genau, siehst du jetzt so grünes Licht. Ich mache so, zack und sie nimmt auf. Richtig cool. Nochmal so, zack und sie hört mit der Aufnahme auf. Kein Vorfühleffekt hat funktioniert und funktioniert echt gut und ist wirklich eine coole Sache, um einfach die Aufnahmen leichter zu machen. Denn früher habe ich immer nur einen Selbstauslöser gemacht, aber so kann ich einfach sagen, Stopp, Start, richtig cool. Und was auch richtig cool ist, wenn ich die Aufnahme starte und merke, oh, ich habe da irgendeinen Kack aufgenommen, dann bleibe ich lang drauf, so Aufnahme abbrechen und ich kann gleich sagen, hier Aufnahme abbrechen, dann wird sie gar nicht gespeichert, dann muss ich im Nachhinein nicht mehr rumsortieren, welche Aufnahmen überhaupt etwas waren und welche nichts waren. Das Reframing ist schon aufwendig genug und so muss ich wenigstens keine Aufnahmen sortieren. Auch echt coole Sache. Dann gibt es noch Sprachsteuerung. Ich glaube, das hatte die X3 auch schon, bin mir nicht sicher, oder die RS oder die RS. Es gibt so viele Instas wie 60 Kameras, da kommt man ganz durcheinander. Und du siehst, man kann verschiedene Sprachen wählen. Ich bin in den beiden hier nicht so fit, sondern nur in der und dann sagt er da unten Take a photo, Start Recording, Stop Recording sind irgendwie Dinger. Auch das funktioniert, aber ich finde, es funktioniert nicht ganz so gut. Also, Start Recording hat auch funktioniert. Stop Recording hat auch funktioniert. Wunderbar. Wobei, ich habe bessere Erfahrungen mit den Gesten, vielleicht auch, weil ich es im Freien probiert habe mit Wind und was weiß ich was oder Selfie-Stick weit weg. Also, da Gesten sind einfach besser. Meiner Erfahrung nach. Und auch neu ist adaptive Windunterdrückung. Stereo haben wir schon. Aktive Windreduzierung oder Richtungsfokus. Richtungsfokus ist, du läufst einmal rum und die Kamera macht halt den Ton, wo sie hinguckt in die Richtung. Und adaptive und aktive Windreduzierung habe ich ausprobiert, da habe ich nicht so richtig einen Unterschied gemerkt. Ich bin aber auch kein Freund davon, direkt in der Kamera Windgeräusche zu reduzieren. Generell solltest du eh aufpassen, dass keine Windgeräusche entstehen. Und wenn sie halt doch entstehen, würde ich sie im Nachhinein reduzieren. Dann kann man noch einen Dive Case benutzen. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Da komme ich ja wieder raus. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe keinen Dive Case. Deaktiviert. So. Also, du kannst auch tauchen. Die Kamera ist von sich aus aber auch schon 10 Meter wasserdicht. Dann kannst du hier verschiedene Bluetooth-Geräte koppeln. Habe ich auch nicht ausprobiert. Bis jetzt gingen nur AirPods. Habe ich keine. Habe sie seitdem nie ausprobiert. Scheinbar gehen jetzt jede Menge andere. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das DJI Microphone 2 gehen sollte. Aber habe ich alles nicht ausprobiert, weil ich nur gesagt habe, es gibt eine Fernsteuerung. Habe ich auch nicht. Dann kann man noch hier auf diesem C-Button, ne, Q-Button heißt er, kann man sich benutzerdefinierte Aufnahmen speichern. Also Modi speichern, wie man sie haben wollte. Oder wie man sie haben will. Gibt es aber auch schon bei der X3. ist sehr cool. Aber hier gucke 8K30 und bis jetzt 4K30 in 16 zu 9 mit Nachtstabilisierung. Das ist auch eine Sache, die die X4 neu hat im Vergleich zu X3. Dass man, wenn man hier rüber zieht, kann man zum einen Gesichtspriorität machen. Also dass er, wenn er die Helligkeit berechnet und da ein Gesicht erkennt, dann macht das Gesicht heller. Und wenn du Matrix hast, dann wird eben alles, das ganze Bild gemessen. Das ist auch ganz cool. Das haben sie von der, äh, wie heißt die? Ace Pro heißt sie. Zu viele Kameras, zu viel Wirrwarr. Und hier haben halt diese Schwachlicht-Stabi, denn generell haben solche Action-Cams ja das Problem, dass wenn sie bei zu wenig Licht stabilisieren müssen, dass dann so ein Chitter-Effekt kommt. Hat man diesen Schwachlicht-Stabi an, entsteht er nicht so schnell. Wobei, beide Kameras, die X3 und auch die X4, sind keine Kameras für Schwachlicht. Zumindest nicht dann, wenn du stabilisieren musst. Ich glaube, das Video wird lang, aber es gibt echt viel zu erzählen, denn die X4 legt einfach überall nochmal eine Schippe drauf, im Vergleich zur X3. Und bei der ganzen Leistung könnte man denken, dass da die Akkulaufzeit drunter leidet. Aber nee, guck mal hier, beides 5,7 Grad 30 und die X3 war nach einer Stunde 15 schon leer. Wohingegen die X4 zwei Stunden und sieben Minuten mit einer Akkuleitung rausgekommen ist. Leg mal die X3 weg, um Daumen hoch zu zeigen. Echt krass. Und als kleines Goodie kannst du die X4 sogar als Powerbank benutzen. Kommen wir aber zum Fazit. Auch wenn ich wahrscheinlich alle Unterschiede der Kameras erwähnt habe. Aber das sollten die wichtigsten gewesen sein und zumindest die wichtigsten, die mir in der Zeit, die ich bis jetzt die X4 zum Testen hatte, aufgefallen sind. Und du siehst, die X3 macht in dem Vergleich echt keinen Stich. Schon irre, was Insta360 da nochmal reingepackt hat und wie viel höher die Messlatte gelegt wurde. Dabei finde ich die bessere Bildqualität nicht gut, ohne Frage. Aber das finde ich nicht mal das Hauptargument für die X4 im Vergleich zur X3. Ich finde tatsächlich die Schnelligkeit der Kamera, gerade wie sie startet oder wie sie die Aufnahme startet, finde ich viel, viel wichtiger, weil mir das so dermaßen auf die Nerven ging bei der X3, dass ich manchmal gar keine Aufnahmen gemacht habe, weil mir das einfach zu doof war, bis das Ding an war. Und hier, Klick, und geht relativ schnell los. Hast du ja gesehen. Also, ja, gutes Ding. Ja, wirklich gutes Ding. Und wie gesagt, es kommen noch mehr Videos, deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Hier gibt es eine ganze Playliste über meine X2 und X3 Videos. Da packe ich auch die X4 Videos rein. Hier kannst du mein letztes Video gucken und dann sieht man sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.